Zubber und sein Katalyst. 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 kommen über die stadt wirklich lb ok leidete ich was das falsche wort gesagt aber ich darf das natürlich nicht sagen ich bin weiß ich darf mich über russen lustig machen dann ist robbing uncle c hey ron hey ron 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 cj hey cj tell me why they finished high school cause you been dealing drugs man since the age of 10 no that ain't it ha 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 could you have put hands on that teacher for wearing ball of colors no that ain't it either it's cause i'm too intelligent for this shit i am the real deal fool oh shit a genius oh oh yeah who has more straps than anybody who has all the straps huh a man a lot of guns shit i give up the army mania the army yeah go hit the way go hit the way oh come on man bluster die army bestälen beste idee ever shut the fuck up man is my woman fahr zu dem depot bei den ocean docks also muss ich wahrscheinlich in richtung des oceans fahren das ist dein lieblingswort ninja das ist dein lieblingswort ninja oh fucker die fahrer wenn es weiter geht hab ich bald nicht mehr viele homies bitte sag ich kann da durch danke und mit mir verrückte mungo okay fuck ich muss über eine drücke fahren erst mal und warte mal wenn ich mit dem erding diese komische hopp scheiße da machen konnte kann ich hier das ding hinten öffnen Ne, nur die Kamera bewegen. Okay, ich muss auf die Brücke kommen. Jetzt komme ich nicht einfach so übers Wasser. Ja, komm so. Easy. Ich habe keine Ahnung, was du gesagt hast und es ist mir egal. Geh, homie! Okay, ja, da sind wir auch schon. Okidoki, okidoki. Ich habe nur 1100 Dollar? Oh, shit, ich bin gestorben. Das ist der Spot, National Guard Depot. Man, das sieht echt ernst. Sind wir auf das? Das ist National Guard, fool. Wir gehören Soldaten. Das ist kein Match für Grove Street OGs. Sicher. Öffne das Zufahrtsdoor, indem du auf den Schalter auf der anderen Seite der Mauer schießt. What? Auf den Schalter schießen. Wo war der Schalter denn jetzt genau? Okay, dann ist er erstmal weg, aber wo war denn jetzt der Schalter? Oh, fuck, da kommen jetzt natürlich mehr. Kann ich da nicht einfach drüber? Ja, geht doch. Ja, natürlich, da muss ich drüber. Der komplette Schalter fällt ab. Alter! Ich dachte, du nimmst mich mit. Arschloch. Oh, shit, da ist ja einer. Der hatte Kamouflage, den konnte ich nicht sehen. Diesmal befahren mich nicht, Junge. Geh, Ritter. Oh, fuck, dieses Zielen. For sure. Steig auf den Gab... Oh, Gabelstopper im Minispiel. Positioniere uns um die Gabeln unter der Kiste und hebe dann die Kiste an. Nutze Num 2 und Num 8, um die Gabeln zu steuern Nutze Joy 5 und Joy 6, um nach links und rechts zu sehen Warte, 5 und 6? Ach so Ja, warte mal Warte, Num 8 und Num 4 Ne, 2 war's, so Alter, nie im Leben Muss ich's von der Seite versuchen? Ich hoffe, das geht nicht auf Zeit So So Alter Ich kann die nicht noch tiefer machen Ja, okay, hier Natürlich Ja, sicher Das sieht sicher aus Oh, fuck, ich muss die doch hören Ach, Ryder Bevor der noch verreckt Um alles muss man sich selbst hier kümmern Um alles Noch 5 Küsten Yay Das hab ich mir spaßiger vorgestellt, wenn ich ehrlich bin Nee Es ist zu viele verdammt Weekend Soldaten So Acht Komplett hoch Moment, ich Na, nee Multitasking Wäre jetzt zu hart Wie man sieht Hätte nur ein triftender Wagen Ach, Ryder Na, fuck it Das wird er schon überleben Ich muss mich halt beeilen Nee, verkehrt jetzt kein Multitasking Ich kann nicht gleichzeitig Controller und NumPet bedienen Runter Rein Hoch Fuck you Nein Oh shit, Alter Oh fuck shit Ryder Wie konnte dir das passieren? Alter, dieser Junge Ich Alter, dieser Ryder Runter, runter, runter Rein Und hoch Das will ich leider nicht mehr brauchen Aber ja, ich hab die Kiste Dann schieß sie ab So schwer ist es nicht Das Spiel ist ab 16, Junge Wahrscheinlich mittlerweile ab 12 So alt wie das ist Alter, ich schwör Wir haben eine 10.37 Uhr Blablabla Fuck, so nicht Versuchen wir es einfach Okay, nein So Obwohl Hm Es funktioniert Es funktioniert Scheiße Physics Rein damit Oh, wieder aussteigen Alter, Ryder ist fast tot Zwei Kisten draußen Nichts oder rechts Ach da Aufsteigen Oh, Nampe 2 Alter Fuck, was kommt denn da an? Zwei auf einmal Ich bin der King Shit, CJ Shit Ja, warte Wenn ich das hinbekomme Zwei Kisten auf einmal Komm Eine immerhin Die zweite da drauf So Und Ryder, wenn du jetzt stirbst Ich bring dich um Also CJ, komm auf 12, Sani Alter, Sneaky Nimm schon Mut Oder was Nachladen Oh, shit Was ist aber da für ein Header Und weg hier Alter Ryder Bitte stirb nicht Was ist denn da für ein Header 10 ist L2 Forget it Du wirfst mir keine Kiste Wir fahren einfach zum Ah, okay Von mir aus Was auch immer das mit der Kiste Hab den Arsch gesettet Mehr als nur einmal Alter, das mach ich mir als Notification Was ist denn da für ein Header Was ist denn da für ein Header uélearning